Hallo Leute, und willkommen zurück zu einem weiteren Video, und zwar gibt es heute diese Woche des kleinen Minispiel-Duells zwischen Swiki und mir. Ich würde sagen, ja, fangen wir doch einfach mal an! Oh, egal, kann ich mal kein Aktien verlieren jetzt? Ja, ich auch. Ich will nicht gegen den Mütchen nicht verlieren. Ach, halt, die Fresse. Oh, da war die Ansage, da war die Ansage. Nein, darf man aber nicht sagen. Oh, da geht ein Wärfe. Hier war die zweite Kiste genauso. Warte, 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 ach so, da unten, okay. Es wäre unfair gewesen, wenn ich nicht rausgefunden hätte, wo die zweite Kiste ist, ne? Ja, scheißegal gewesen. Nö, was mir nicht ist. Wenn du jetzt auf meine Insel dich schon geportet hast, ich hätte dich gehasst. Ich hätte dich sowas von für immer gehasst. Nee, dann habe ich noch keinen Enderpern bekommen. Es wäre schön gewesen, ein Gehirn zu sein. Gibt es immer noch nicht das Endermann-Kid? Nein. Hallo, Mr. Mitte. Und, moin, wie geht's? Ja, ähm, ähm, alles fresh, also, ja. Ja, ich habe gerade ein Bier getrunken. Siehst du das da in meiner Hand? Da, da, guck mal. Siehst du das Bierchen? Da, 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 das Bierchen, da. Ja, das sehe ich, das ist kein Bier, das ist ein Rotschwein, Junge. Oh, der Rotschwein, natürlich. Warte mal, natürlich. Durch, mach deine Rotschwein. Okay, 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 da will das wissen. Da will das halt echt wissen. Nein! Das Copweb war doch da! Das Copweb war doch da! Ich hätte es eigentlich wissen müssen. Weißt du, mit welchem Kind ich gespielt habe? Welchen? Arsch! Ja, also, bei solchen Leuten ist Arsch ja auch gut geschlossene Wahl einfach. Und wenn, ähm, wenn ich mir kurz noch sagt, ich hätte noch eine Endermann gehabt. Achso, auf einmal doch! Du bist so ein Arsch bist du. So ein Arsch. Ähm, wieso? Das war ein legittes Game. Also, ich bitte sie. Ja, legit am Arsch. Als nächstes Mal verbiegen wir halt, was Arsch ja geht. Shit, ich bin in der Zelle reingelaufen. Trink dir mal. Geht's da raus? Kombo, warte! Nein! Hier! Da war meine Kombo da. Oh, aber vor allem, ich hab dir ja auch nichts abgezogen. Das ist Kraft, die Fände nicht im Flechtzimmer, ey. Ich schneide das alles raus. Was? Huuuuhh! Huuuuhh! Nein! Das ist... Hä? Wo warst du das? Ich bin ein Traumalang hier. Äh, bis jetzt gut. Hä? Wieso bin ich eigentlich immer irgendwo am Boden und dann bin ich auf einmal im Baum drin? Das ist doch ein Gommi-Bug, oder? Das ist ein Bug vom Gearsenthal. Okay. Reicht auch mal so langsam, ey, oder? Nee. Reicht darf man nicht sagen. Machen wir mal eine Kuchenpause. Okay. Warte, ich komm zu dir. Ach, lecker. Ich wusste, ich bin direkt gegangen. Ach komm, ich hasse es, wenn das passiert. Okay, wo bist du? Ah! Ah! Heia! Ich bin ein Ninja von Fortwood. Das war für Komplett. Hallo? Ich bin immer auf dem letzten Arzt. Er wollte dich doch nur lieb haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Steamblock geht durch besser. Nö. Doch. Nö. Ja easy. Easy. Halt die Schnau. Warte, wenn du jetzt gewinnt, unentschieden, ne? Ja. Der Druck ist da. Aber richtig krass. Der hat 180 Schläge in der Sekunde. Das ist übrigens dein Herzschlag. Das ist nicht gesund, da solltest du mal zum Arzt gehen. Nicht? Nö. Sag das doch. Ah! Hast du runtergefallen? Nein. Vielleicht ein bisschen. Wir spielen Mini-Craft-Boy. Oh, ich hab Mini-Craft verloren. Das ist bei derselbe. Fortnite, Minecraft, Pokemon Go, alles dasselbe. I play Fortnite, go. Was das? Fortnite, go. Everybody do it. I play Fortnite, go. I play Fortnite, go. When I wake up, I grab at my PC. I play Fortnite, go. I play Fortnite, go. Ich hab'n Problem. Das Spawn kein Gold-Boy. Hello. And me, I'm a lucky club. I can see you. Stuck nochmal! Fuck! Ey komm. Weißt du was immer scheiße ist hier an dem Spiel? Du, man spawnt jahrelang nicht, ne? Oh mein Gott! Ey! Ja komm, verpiss dich Junge. Man spawnt halt jahrelang nicht. Und wie geht's? Halt doch einfach deine Schnauze. Wenn du mich jetzt einfach von hinten tötest, ne? Ich hasse dich. Tschüss! Ich hab noch zweiter Perzen. Wuhh, in die Gold rum. Lulululul. Eins, zwei, drei, vier. Sprung. Und wieder runter hier. So geht ich was geben. Ey, aber ich hasse es, dass man da ewig nicht spawnt, ne? Ja, das stimmt. Wirklich. Ab. Wenn jetzt ne Longshot trifft, ne? Also. Du hast keinen Longshot ohne Boden. Hä? Du hast keinen Boden? Ne. Okay. Das war dein Einglück zu wenig. Ah, okay. Wie ich mich verarschen will, ne? Ey! Du bist so ein... So ein Lügner! So ein Lügner bist du! Okay, also meine miesen Tricks hab ich schon mal nicht verlernt. Das ist schön. Haben wir ja nicht gesagt, du lügst nicht mehr so viel? Hab ich nie behauptet. Doch, in der letzten Folge irgendwann. Äh, hier die Einblendung. Ich bin ein kleiner Spacki. Ich kann das gerne einblenden. Ich such das raus. Hier, nicht die Einblendung. Stopp! Draufenschnitten! Stopp! Das ist zu spät, ist schon eingeblendet. Scheiße! Meine ganze Karriere ist weg. Äh, wer wird Millionär? Kannst vergessen. Aber ich wollte Mega Devil, aber schade. Was? Was denn? Ja, ich bin jetzt auf dem Welt-OP-Equipment. Einherz und Diamond-Axt. Äh, einherz und Diamond-Axt? Ich hab eine Diamond-Axt. Okay. Und ich bin voll, 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 voll Iron? Ja, wahrscheinlich. Okay, fass mal Iron. Hose, Schuhe und Ketten, und Kettenhelme. Ich hab ja nicht mal ne Brustplatte gerade. Ah, ich hab so Eisenbrotter gefunden. Dankeschön. Aber weiß ich, vielleicht lüg ich auch. Ja, natürlich, so wie immer. Äh, äh. Äh, äh, ohne Witz. Ich find halt echt keine Chessplate. Ich, und ich find dich irgendwie nicht. Ah, da vorne, okay. Äh, Bubi. Komm, komm, komm mal her, kleiner Senpai. Warum, warum hast du das da? Jetzt lass mich doch wenigstens noch mal die Hose hier anziehen, Junge. Bevor du mich klatschst. Lass mich mal die anziehen, okay? Okay. Lass mich mal kurz den Apfel essen. Jetzt lass mich ja mal kurz den Apfel essen, sonst bin ich fast schon totbedrügelt. Oh. Darf ich, darf ich mal kurz wagen? Danke. Ey, nein, 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 nein. Fuck! Hahaha! Okay, Leute, wie auch beim letzten Mal, hab ich leider nicht gewinnen können. Aber ihr könnt euch sicher sein, dass ich mich nicht geschlagen geben werde. Ähm, ja, irgendwann werd ich wieder Revanche fordern, wenn Zwicky sich darauf einlassen wird. Ich hoffe mal schon. Ähm, ja, und schaut euch auf jeden Fall mal auf Zwickys Kanal vorbei. Ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und ciao!